herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und beobachtern von preis vergleichsseiten insbesondere pro lego produkten fällt vielleicht auf das insbesondere der eiswagen der hier so launig witzig an den seiten vermeintliche mauerbrüche darstellt ja dass der eben dort öfter mal auftaucht in den rabatte bereichen weil ja irgendwie der gerne mal besonders rabattiert wird deswegen sind die grundsätzlichen rahmendaten dass es nämlich 200 teile sind für ziemlich genau 20 euro von dem ursprungspreis eigentlich nur magulatur auf der straße für 13 14 euro schon und er ist jetzt 2020 erschienen wurde von mir gekauft gibt ein paar aufkleber und hat ein paar kleine klingeling klingeling ja genau also da hätten wir denn mal den eiswagen mit zwei minifiguren einem hund ein bisschen haar und einer großen großen eistüte schauen wir mal da hätten wir als erstes die freundliche eisverkäuferin da hat sie auch schon die reistüte mit soft ice vanille irgendwas weißes auf jeden fall sie hat eine fliege und dieses zum bläuliches ich weiß gar nicht machen längs streifen jetzt schlank oder wie auch immer müssen wir uns keine gedanken machen lego figuren haben da eigentlich in der regel keine probleme mit rein rotes beinkleid sehr einfarbig naja gut die steht ja auch hinter der theke und hat nur ein gesicht natürlich da darf man nur fröhlich sein wer eis verkauft kann nur ein fröhlicher mensch sein das geht gar nicht anders und da ist der kunde ein kleiner junge mit hoodie also und er hat schon mal zwei wassereis in der hand da würde ich auch so lächeln glaube ich eine lila skateboard und falls er mal keine lust hat immer nur überall mit helm rum zu laufen was natürlich schon mal für sich vorbildlich ist und kein zweites gesicht erlaubt wenn man will kann man ihm sogar haare geben auch wie schön siehste obwohl neben mit helm gefieler mir besser siehst du so ja späßle gemacht genau gut aber ich glaube die minifiguren sind eher normal gucken wir uns den eiswagen an bzw ganz kurz vorher noch mal einen blick auf den standard hund den wir hier dabei haben bisschen schwarze schnäuzchen vorne aus einem guss nicht beweglich da kann man da tut sich nichts der ist fest der ist hart aber ein hund und dann hätten wir hier den eiswagen der wie ich finde wirklich schön gelungen ist außer dass er natürlich massenhaft mit aufklebern versehen ist wo der ein oder kleinere gag versteckt ist only the best ist ja auch der spruch von lego nur dann eben natürlich auf dänisch wir haben hier ein menü das zeigt eissorten die tatsächlich auch so zur verfügung stehen wenn ich unser kleiner junge hier alles aufgekauft hätte hätten wir da die beiden wassereis und wir können die verschiedenen eissorten in der waffel auch kombinieren werden wir gleich sehen dann haben wir hier ein schiebefenster zum verkaufen das manchmal so ein bisschen hakt nach so wenn man es gerade hält dann schiebt sich auch da haben wir noch schiebt ja genau dann hinten stay cool gut gab schon noch geckigere sprüche im eisgewerbe meint the child dann das nummer schild er und 60253 das ist die nummer von dem set er könnte ich mir vorstellen ohne es jetzt wirklich herausgefunden haben dass das die initialen des designers sind das ist oftmals bei solchen set so ob das hier auch ist oder ob das einfach nur was keine ahnung anderes ist das weiß ich nicht paar rücklichter hier unten sogar auch noch ein bisschen licht dann verbaut auf der anderen seite noch mal stay cool und noch mal das menü noch mal only the best wie auch vorne und wir haben hier mal so ein paar rückspiegel angebracht sieht recht schön bullig von vorne aus von unten in geschlossen da fällt nichts raus das ist ja nicht gang und gäbe bei lego und das highlight wie ich finde ist schlichtweg einfach diese große eistüte oben auf dem dach die hier so auf liegt damit sie dann auch ein bisschen schief rein liegt und da sieht man mal obacht bei der klebung des aufklebers das hätte eigentlich weiter oben sein müssen sehe ich aber jetzt erst nachdem ich den gesamt das gesamten ensemble erkannt habe dieses lutschende schokoeis da oder was auch immer das ist das hätte natürlich direkt ans braune ran müssen dann hätte das noch besser gewirkt naja ok irgendwas ist ja immer ansonsten finde ich diese mr cool das sollte er wohl sein oder mr chill ich glaube mr chill ice cream so heißt ja der laden wohl auch den finde ich wirklich cool ist natürlich einfach gestaltet aber durch den aufkleber wirkt er wirklich wie eine große eistüte das finde ich wirklich cool er hat man natürlich in der ähnlich nicht so aber mit der großen eistüte auch schon bei friends aber schön dass die da jetzt mal nachzieht gut ansonsten verspricht lego ja viel rollenspiel zumindest in seiner werbe beschreibung die sich mal wieder lohnt gelesen zu haben wenn man mal ein bisschen machen will wir sehen hier drinnen abgesehen davon können natürlich das verdeck abmachen dann sehen wir es noch besser da kann zumindest die fahrerin sitzen wie lego selber beschreibt viel platz zum arbeiten und zum fahren da haben wir auch die anzeige das ist ein standardteil natürlich und wir können immer die türen auch öffnen wie wir hier sehen sie kann aber auch hier durchsteigen und wir können es gibt noch eine möglichkeit nämlich hier an die ganzen sachen anzukommen die wir hier aufklappen damit besser gespielt werden kann da sehen wir schon mal die registrierkasse auch mit dem geldschein da kann dann gearbeitet werden hier kann das wassereis rein in diese fächer und hier sehen wir die verschiedenen kombinationen die wir wieder entdecken hier im menü da war das orange das weiß das pinke und das braune und das haben wir hier auch also beziehungsweise das pinke haben sie noch einmal weggelassen das ist eine neue sorte wohl reingekommen paar tüten noch das war es zwar auch aber schön dass man daran gedacht hat dass man das hier also dann aufmachen kann das verdeck hier selber das hat keine sollbrust der geht natürlich auch ab ist aber eigentlich nicht dafür vorgesehen also grundsätzlich und überhaupt finde ich ein sehr schönen wagen also darf also natürlich mit das macht einfach das ding macht das aus wenn wir das jetzt abnehmen dann ist der nur normal ich finde die farben auch schön frisch das gefällt mir auch aber nein durch das hier das macht das ganze natürlich dann erst perfekt es sind zwei anleitungen dabei relativ sinnloser weise ich weiß nicht ob das drucktechnisch irgendwelche gründe gibt weil man baut nicht parallel irgendwas sondern man baut das auto ja gut höchstens die mini figuren okay aber im prinzip baut man ansonsten das auto von unten rechts hinten bis komplett so baut sich dann mit zwei typen gruppen und das ist natürlich auch schnell gemacht also bei 200 teilen ist man dann eine halbe stunde durch und fünfjährige kommen da sicherlich gut mit zurecht brauchen vielleicht ein tick länger dann und das hat durchaus seinen bauspaß da ist nicht viel wiederholendes hat ja eben auch zwei mini figuren die man dann bauen kann ist okay damit kommen wir dann auch zum fazit und man merkt schon ich finde das eigentlich knuffig also das hat durchaus seinen charme das ganze viele aufkleber das ist aber in dieser preisregion glaube ich dann auch okay und verschmerzig okay wie soll man sagen nette mini figuren jetzt nicht spektakulär aber für das kinder rollenspiel glaube ich gut nämlich kunde und verkäufer und kann man da irgendwie auch noch mit einbinden einem da vielleicht das eis klaut passt nur nicht so müssen wir ihm hinten auf dem rücken dann irgendwie stecken oder sowas schön finde ich dass man bei dem auto eben ein bisschen was abnehmen kann das ist optisch sehr schön hiermit gelöst ist dass man vorne was aufmachen kann hinten was aufmachen kann also auch das lädt wirklich da muss ich lego zustimmen in seiner werbebeschreibung zum rollenspiel für kinder ein das ist natürlich nichts für apholz um das jetzt als großartiges hinstellobjekt zu haben wobei wenn man irgendwie so seine stadtlandschaft hat finde ich ist das wahrscheinlich sogar dieser eiswagen gerade durch dieses optische hier oben etwas was als kleiner hingucker da auch reinpasst also gerade auch weil es auch schön geschlossen ist relativ gut tiefgelegt also das ding wirkt und damit ein schönes set ja 20 euro 10 euro das teil für 200 teile ist natürlich relativ viel geld aber im angebot kriegt man es ja schon so wird 15 16 und dann ist es ein sehr schönes kleines ordentliches spiel set für kinder und da sollte man nur aufpassen dass man den aufkleber ein bisschen weiter höher setzt aber ja deswegen sage ich es ja deswegen habe ich es auch nur gemacht den fehler um es hier so zu berichten berichten selbstlos wie ich war das war's so soll es gewesen sein ich wünsche fröhliches eis essen wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder bis denn und tschüss tschüss